Hallo und willkommen zu diesem Video, in dem ich heute wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Und zwar schauen wir uns dieses Mal die Batch-Variante des IP-Adapters an. Und was das Ganze genau macht, wird jetzt gleich klar werden. Ich fange mal an. Wir laden einen Default. Ich wähle hier hinten mal eben eine andere Save-Image-Node aus. So, ich möchte das Ganze im Folder IPAV2-Batch gespeichert haben. Jawohl. So, als Model nehmen wir Epic Realism. Prompt ist gerade noch egal. Seed setzen wir auf 0, Fixed, CFG 6, DPM PP2M und Karas. So, gut. Wir gucken mal eben, ob das Ganze schon läuft. Das tut es. Und jetzt kommen wir zum IP-Adapter-Batch. Der IP-Adapter-Batch. Wir können mal einen reinladen. IP-Adapter-Batch-Advanced. Den nehmen wir mal. Den bauen wir uns jetzt mal zusammen, wie wir den gerne haben wollen würden. So, ich nehme mal Standard-Medium-Strength. Wir verbinden das Model. So. Natürlich brauchen wir noch ein Input-Bild. Nehmen wir mal... Äh, wo ist sie? Hier. Und damit sollte das Ganze auch schon laufen. Hier sehen wir noch keinen Unterschied zum normalen IP-Adapter. Das kommt erst dann, wenn wir anfangen, die Images zu batchen. Äh, Batch-Images. So. Das heißt, wir nehmen zwei Bilder. Nehmen wir einmal noch... Äh, nein. Das ist falsch. Ich möchte gerne sie haben. Nehmen wir sie nochmal dazu. Und schicken das rein. Dann sehen wir jetzt hier erstmal nichts. Und das liegt daran, die Batch-Varianten vom IP-Adapter bearbeiten die Bilder, die wir reinschicken in einem Batch, nicht alle zusammen, sondern der Reihe nach. Also, als Vergleich nochmal. Wir können darunter nochmal einen... Das war dumm. IP-Adapter Advanced normal darunter hängen. Ich nehme hier auch schon mal eine Reroot-Node, die wir hier reinhängen können. So. Falls wir das gleich mal umswitchen müssen. Wir nehmen auch das Model von hier. Wir nehmen den IP-Adapter von hier. Und hier nehme ich auch schon mal eine Reroot. So. Jetzt haben wir hier den normalen IP-Adapter. Wenn ich den jetzt mal laufen lasse mit einem Batch-Image, dann sehen wir, dass sich die beiden Stile der Bilder miteinander vermischen. Wir haben hier das Pink oder Lila. Und wir haben hier unser Dirty Face. Das ist bei diesem IP-Adapter-Batch nicht der Fall. Was er nämlich macht, ist, er bearbeitet die Bilder, die wir reinschicken, sequenziell der Reihe nach. Also, das sieht man am besten, wenn ich hier die Batch-Size auf 2 erhöhe. Und es dann laufen lasse. Dann sehen wir jetzt hier, hierzu, dass wir zwei Bilder erhalten haben. Und auf das erste Bild im Batch wurde nur unser Dirty Face angewendet. Im zweiten Bild des Batches wurde hier unsere Dame mit den Sunglasses ausgewählt. Und das ist besonders interessant, wenn man im Bereich Videobearbeitung oder sowas unterwegs ist oder Videoerstellung. Weil wir können jetzt mit dem IP-Adapter-Batch natürlich eine Reihe von Bildern reinschicken, die dann sequenziell nacheinander auf eine parallele Anzahl von Bildern oder Batches, empty Latents angewendet wird. Und wenn wir jetzt nochmal ein drittes Bild hinzunehmen, Moment, so. Ein drittes Bild, sagen wir mal hier, wir wollen den Indiana Jones-Stil haben. Dann können wir hier auch sagen, wir brauchen noch eine weitere Batch. Ich gucke mal eben, dass die Reihenfolge gleich bleibt. So müssen wir das dann umhängen. Und wir erweitern auch hier oben unsere Batch-Size in den empty Latents. Dann kriegen wir drei Bilder. Und auf jedes dieser Bilder wurde dann der entsprechende Stil angewendet. Und natürlich können wir hier auch mit den Way-Types und alles, wie gewohnt, aus den anderen IPAs arbeiten. Aber wir werden jetzt mal einen Prompt eingeben. A 30-year-old woman wearing a white dress at the seaside. Sagen wir noch Sunset und Golden Hour. Und just for safety hier unten noch ein paar Negatives rein. Ups. So. Wir lassen das Ganze nochmal laufen. Und jetzt haben wir hier natürlich jetzt nicht so viel Prompt-Einfluss. Aber wir sehen schon, dass das Prompting ein bisschen durchkommt. Und wir können die Stile der Bilder, die wir reinschicken, miteinander vergleichen. Das ist so der praktische Nutzen im Single-Image-Anwendungsfall, wie wir es jetzt hier gerade haben. Dass wir einmal gucken können, welchen Einfluss die reingeschickten Bilder auf unser gewünschtes Motiv haben. So, jetzt sagen wir hier nochmal zum Beispiel, ich nehme mal Ease-Out. Dann müsste es noch ein bisschen stärker werden. So, jetzt haben wir die Stile des IPAs angewendet auf unser gewünschtes Motiv. Das Schöne dabei ist natürlich, das geht auch mit dem Face-ID-IP-Adapter-Batch. Das heißt, wir laden uns mal hier ein Face-ID-Model rein. Ich nehme das plus V2. Ignoriere den da oben noch. Wir gehen jetzt mal die einfache Variante durch. Wir nehmen das Model. Schleifen das hier durch. Hängen unser Model jetzt mal hier hinten dran. Und wir wollen jetzt hier unseren gesamten Batch einmal da reinschicken. Übrigens, was ganz praktisch ist, wenn ihr hier oben nicht die Batch-Size angeben wollt. Es gibt eine Node in den Essentials. Ich suche sie eben raus. Das ist der Batch-Count. Den können wir hier vorhängen. Wir sagen Batch-Size wollen wir auslagern. Hängen das hier rein. Und können jetzt unsere Batch-Size von hier aus. Das geht nicht durch Reroot. Das müssen wir hier raus machen. Da reinhängen. Und jetzt kriegen wir automatisch die Anzahl an Bildern generiert, die wir auch zum Vergleichen vorne in unser Batch reinschicken. So, wo bin ich hier unten abgestorben? Ich bin abgestorben bei Face-ID. So, Batch ist drin. Jetzt wählen wir uns mal aus. Wir wollen erst mal sie lassen. Dann wollen wir einmal die Mona Lisa haben. Und ich würde sagen, wir nehmen Ripley aus Alien. Hier würde sich vielleicht noch eine Prep-Image für ClipVision anbieten. Bieten mit Top. Hängen wir das mal so da rein. Bisschen Sharpening. Und wenn wir das jetzt mal laufen lassen. Ich drehe hier am besten nochmal das Face-ID 2 ein bisschen hoch. So. Wenn wir das jetzt einmal laufen lassen. Dann sehen wir auch hier, dass die Batch-Note die drei Gesichter nicht miteinander vermischt hat, sondern nacheinander uns, ja, unser Motiv mit den jeweiligen Gesichtern erstellt hat. Das kann man natürlich dann auch chainen noch. Das heißt, wir können hier oben auch noch unser Plus-Face mit reinnehmen mit einer Stärke von 0,4. Hier hängen das Model hier runter. Hängen den IP-Adapter hier runter. Bzw. wir müssen am besten das Model hier runterziehen. Lassen das Ganze nochmal laufen. Und durch den IP-Adapter-Batch hier oben wird natürlich jedes Bild der Reihe nach angewendet. Genau wie hier unten wird es der Reihe nach angewendet. Und, ja, die Gesichter landen da, wo sie sollen. Auch schön ist, dass wir sagen können, ich nehme mal diesen IP-Adapter wieder raus. Wir bleiben mal unten bei dem Face-ID. So. Ach, der Unified-Loader, den hätte ich lassen müssen. Dann nehmen wir jetzt mal ein... Ich bleibe mal beim Plus. Wir hängen das hier rein in einen normalen IP-Adapter. Nicht in einen Batch, sondern in einen normalen. Ziehen den aber runter auf unseren Batch. Und sagen jetzt mal, wir wollen hier noch ein weiteres Bild haben. Das nicht. Wir nehmen mal dieses Cityscape. Hängen das hier in diesen IP-Adapter rein. So. Das Model hier rüber. Von da aus unten in unseren Face-IP-Adapter. Und das lassen wir jetzt mal laufen. Stehen jetzt beide noch auf linear. Das könnte sein, dass es zu stark reinkickt. Jawohl. Hier sagen wir mal Reverse-In-Out und drehen das Weight ein bisschen runter. Wir haben jetzt übrigens drei Bilder wieder gekriegt, weil er hier nicht gebatcht ist. Das heißt, er wendet es wieder auf alle an. So. Jetzt haben wir hier aber... Wir können auch mal mit der Stärke wieder ein bisschen hochgehen. Jetzt haben wir hier den Fall, dass wir über die Face-ID-Batch jedes unserer gebatchten Bilder einzeln auf die Empty-Lattons im Bild angewendet bekommen. Aber der IP-Adapter, der da vorgeschaltet ist, überträgt den Stil hier einmal auf alle Bilder, die wir erzeugen. Ich suche nochmal eben Indie. Ich will mal kurz gucken, was da so bei rauskommt. Würde hier auch nicht Reverse-In-Out, sondern wir nehmen mal Ease-Out. Einfach mal gucken. Ja. Hier kann man es auch sehen, dass dieser goldene Glanz des Indiana-Jones-Bildes übertragen wurde. Funktionierte ganz gut bei dem Gesicht der Mona Lisa hier. Aber das ist alles möglich. Also so können wir dann auch chainen, wie wir es gerade brauchen. Also die Batch-Node. Es gibt drei Batch-Nodes. Es gibt IP-Adapter-Advanced-Batch. Hier entsteht das Advanced. Dann gibt es die Face-ID-Batched und es gibt die Tiled-Batched. Es gibt natürlich keine Embeds-Batched, weil das macht keinen Sinn. Weil bei Embeds wollen wir ja alle vermischen. Da macht es ja keinen Sinn, wenn wir ein Bild mit einer Stärke von 0,5 oder so reinschicken. Deswegen gibt es die drei Varianten. Und die lassen sich beliebig kombinieren. Also wenn ihr Batches in Reihe schaltet, dann werden die Bilder sequenziell, wie ihr sie in den Batch schickt, auch auf eure Latins angewendet. Und wenn ihr einen normalen IP-Adapter ohne Batch verwendet, wird der Stil aller drei Bilder übernommen und gemischt. Hier ist ein Empty-Reroot. Macht nichts. Ja, ich hoffe es ist klar geworden, was das Ding macht. Auch sehr cool eigentlich, vor allem zum Vergleichen von Bildern, wenn man jetzt verschiedene Stile auf einmal testen möchte, dann geht das hiermit sehr gut. Aber Hauptanwendungszweck ist wahrscheinlich die Videogenerierung. Ihr schickt irgendwie 1000 Frames rein, wobei das würde jedes Memory sprengen wahrscheinlich. Aber ihr schickt X-Bilder rein und erzeugt auch dieselbe Anzahl X-Bildern am Ende. Und 1 wird auf 1 angewendet, 2 auf 2, 3 auf 3 und so weiter. Ja, weiterhin viel Spaß beim Rumspielen mit den ganzen IP-Adaptern. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut bis dahin. Tschüss.